Und hier kommt der Angriff der GT Pro und der Toyota in der Mauer. Ja, das ist in der Begrenzung. Da ist Ende. Absolut Ende. Die Nummer 7, der auf der vierten Position liegende Nicolas Lapierre, hat seinen Werkstoyota hier in der Begrenzung abgestellt. Ja, wie der Tatort Tetre Rouge würde ich mal sagen, wenn ich das so sehe im Kiesbett oder sogar die Porsche-Kurve natürlich noch schneller hoch. Leicht das Heck verloren, schnell reagiert, gegengelenkt, aber natürlich damit sofort die Linie verloren. Da können wir von Glück reden, dass man da vier, vier.